Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paliya. Ja, wir mussten leider Badru ein wenig vertrösten auf die nächste Folge, weil sonst wahrscheinlich das Ganze meinen Rahmen, meinen zeitlichen Rahmen gesprengt hätte für die letzte Folge. Deswegen machen wir das jetzt in dieser Folge weiter. Schön, dich wiederzusehen, Frühlingsbohne. Ich hätte gerade Blume gelesen. Hier sieht es jetzt schon ganz anders aus. Ja, es ist dunkler. Ich dachte, du wärst noch mit dem Aufbau des Zeltes beschäftigt. Das ist deine tolle Arbeitsmoral. Ach so, ja, 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 klar. Ich habe einiges getan hier. Arbeitsmoral ist mein zweiter Vorname. Und ja, sonst gibt es hier nicht viel zu tun. Vor allen Dingen nicht, wenn man im Lockdown ist und man nur Zelt hat und ein bisschen was zum Abholzen drumherum. Dazu sagt er gar nichts mehr. Okay. Das heißt, wenn sie dich erst mal kennengelernt hat, wenn wer mich kennengelernt hat, der Punkt oder was, sie ist ein bisschen stachelig bei den neuen Leuten. Von den ganzen Bäumefällen und Erzausgraben mord dir bestimmt schon der Magen. Tja, wenn du ein bisschen Geduld hast, kann ich dem abhelfen. Glücklich gärtnern. Man muss ja, man muss nur ein paar Sonnenzyklen abwarten und voila, Abendessen oder Frühstück. Sogar Mittagessen, wenn dir danach ist. Ich weiß, ich weiß, es klingt nicht aufregend. Aber glaubt mir, nichts schmeckt besser als eine Karotte, die man selbst angebaut hat. Kann ich bestätigen, wobei ich persönlich immer noch am leckersten die Radieschen gefunden habe. Die waren wirklich lecker. Original Bio in Bio-Erde und auf dem eigenen Balkon gezüchtet. Hammermäßig. Ich habe alle Werkzeuge, die du brauchst. Auch hier. Na los. Warum lässt du das Grundstück nicht einfach fallen und schaufelst es ordentlich durch? Wie soll ich das denn fallen lassen? Hallo? Will er mir jetzt aber zusehen, weil er sagte gerade, I'll leave you to it. Make sure your Garden Plot is on your Action Bar. Aber ich denke, mal machen kann ich alles nur hier drin. Aim where the Garden Plot... Ach so. Das muss ich unten reinziehen? Ist das euer Ernst? Kann ich das hier? Kann ich jetzt gerade nicht drehen? Make the Final Placement. Oder kann ich jedes Mal nur so ein Stück quasi kaufen? Once your Plot is down... R drücken... Ja gut. Das müsste dann ja jetzt automatisch drin sein. Mit links. Lege Samen in deine Aktionsleiste. Und wähle sie mit der entsprechenden Taste aus. Stimmt, Samen werden vielleicht auch noch ganz gut. Ich hoffe, die hat er mir gegeben. Linke Maustaste. Während du auf das Grundstück zählst, auf das du sehen möchtest. Alles mit der linken Maustaste. Pflanzen müssen jeden Tag bewässert werden. Der Wassertropfenanzeiger zeigt an, wann sie durstig sind. And the Circle begins again. Also wenn ich das richtig verstehe, gibt es wohl einige Sachen, die man einmal anpflanzen kann und quasi nach dem Abernten immer wieder kommen. Press F. Also F drücken, um das Ganze einzusammeln. Ach ja, wir haben zwei bekommen. Okay. Ist ein bisschen komisch, dass man so Platten bekommt quasi. Was ist jetzt los? Hallo? Das klang jetzt irgendwie so komisch. So, eins haben wir. Das sind... Eins, zwei, drei... Etwas über drei. Das heißt, ich würde das Feld hierhin tun. Weil ich möchte nämlich gerne dem Baum natürlich loswerden hier hinten. Der steht da so ein bisschen im Weg rum. Ach, jetzt hat er das doch verschoben, obwohl ich mich nicht bewegt habe. Naja, gut. Dann würde ich das nämlich links noch eins machen. Das hier machen. Und dann vielleicht hier nochmal eins. So. Ich hoffe, das ist ziemlich genau... Ja, perfekt. So, dann drücken wir jetzt R und... Das sollte das hier unten sein. Ach, du Scheiße. Okay. Äh. Aha. Das sieht ja toll aus. Also ich muss quasi damit diese großen Platten freimachen. Ich hoffe, die bleiben dann auch bestehen, wenn man die einmal so ausgegraben hat. Ich meine... Gut, es sieht irgendwie schon realistischer aus dadurch, ne? Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber es ist schon ein bisschen... Ja. Normalerweise drückt man halt drauf und dann hat man die Sache erledigt. Ich weiß auch nicht, wie viel man jetzt erledigen muss oder... Das ist eigentlich nicht so viel. Man muss nur grob, denke ich, nochmal so drüber gehen. So. Ja, ja. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Jetzt hat er das nämlich schon fertig gemacht hier. Haben wir? Ne, wir haben immer noch keine Samen. Nein. Oh. Aber wir haben ein neues Zeichen bei ihm. Vielleicht kann er uns welche geben. Kann ich dir auswählen? Sie fragen sich vielleicht, was sie als nächstes tun. Leider pflanzen und gießen sich die Samen nicht von selbst. Du wirst ein paar von diesen bösen Jungs brauchen. Wie bösen Jungs? Betrachte sie als Einweihungsgeschenk. Was? Sobald die Samen in der Erde sind, gehst du zum Teich, füllst diese Gießkanne und badest die Erde. Es könnte ein paar Sonnenzyklen und ein paar Eimer Wasser brauchen, aber vertraue mir, das Warten wird sich lohnen. Einige Dinge, die du pflanzt, können Auswirkungen auf die Samen in ihrer Umgebung haben. Karotten und Zwiebeln zum Beispiel verhindern, dass Unkraut in deiner Nähe wächst. Aha. Okay. Karotten und Zwiebeln. Wenn du mehr Samen benötigst, kannst du dir bei Ziki welche holen. Ah, das sollte ich mir übrigens mal aufschreiben. Ah, wenn ich denn mal einen Zettel hier rauskriege. Was ich eigentlich wo bekomme oder wer überhaupt was ist. Also Ziki, da kriege ich Samen her. So. Die eine habe ich jetzt leider vergessen. Wie die hieß, die... Ne, die hat man nur vom Schneider erzählt. Achso, Tisch, genau. Tisch ist die Tischlerin. Obwohl, müssen wir da nochmal irgendwas kaufen? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen, Nachbar. Das wäre witziger gewesen, wenn ich dir Weizensamen gegeben hätte. Hm. Ich muss an meinem Material arbeiten. Achso, das mit dem Wiedersehen. Ja, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ähm, gut. Wir haben Samen, Karotten und... Ich denke mal, das sollen wohl Zwiebeln sein. Rote Zwiebeln. Dann, würde ich sagen, machen wir die doch mal hier rein. Frage ist nur... Ah, ja. Okay, die können wir so machen. Aber wo ist jetzt die... Ich wollte gerade sagen. Wir hatten doch vier. Äh, wo ist jetzt die Gießkanne, von der er gesprochen hat? Habe ich die jetzt automatisch in dem... Ah ja, Tatsache. Ähm, press die rechte Taste. Halt die R gedrückt, um auszuwählen. Und die linke, um mit dem Gießen zu... Deine Nutzpflanzen... Äh, zu Beginn. Deine Nutzpflanzen verwelken nie. Das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Das Wachstum wird nur angehalten, bis sie bewässert werden. Sehr schön. Das heißt, ich habe auf jeden Fall genug Zeit. Ich hatte schon Panik, ob ich jetzt hier überhaupt so schnell rüberkomme. So, okay. Das ist richtig und wichtig. Links war das, ne? Oh, da muss man auch wieder timen, wo man am Gießen ist. Okay. Das könnten wir jetzt untersuchen. Ja, der zeigt aber eigentlich nur an, dass es Garotten sind. Das ist natürlich toll. Äh, was haben wir denn noch? Moment, wir hatten doch noch hier, genau, die Zwiebeln. Dann würde ich sagen, dass wir die auch mal eben da reintun. Weil das ein bisschen blöd ist. Eigentlich will ich das nicht auf dem gleichen Feld machen, aber... So, die Frage ist jetzt auch, muss ich jetzt hier... Achso, die muss ich natürlich auch noch gießen. Muss ich jetzt hier, ähm... Oder anders gesagt, kann ich da auch schon mal die Felder machen auf dem rechten? Oder sind die dann plötzlich weg? Weil das bei anderen Spielen auch schon mal passiert ist, dass die dann plötzlich weg sind. Oh, was war das? Hallöchen. Genau. Einfach mal drüber. Sieh dir die Erfolge an. My first... Oh. Ich hab jetzt gedacht, dass wir irgendwie eine Vase gefunden haben oder so, aber das hat anscheinend irgendwas mit Erfolgen zu tun. Ich guck gleich nochmal im Inventar Vorsichtshaber nach. Aber ich denke mal, dass das nur, ja, quasi so sichtbar dafür war, dass wir einen Erfolg bekommen haben. Das ist schon cool. Übrigens, das Angeln, hab ich, glaub ich, in der letzten Folge schon gesagt, das ist letztendlich dann doch gar nicht so schlimm gewesen. Also, es ist was gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es einmal verstanden hat, wie es tatsächlich geht, muss ich sagen, find ich's gar nicht so schwer. So, das ist schon mal ein Teil unseres Gartens. Ich find's sehr hübsch. Also, hübsch nicht unbedingt, aber ich find's recht cool. Ähm, damit können wir jetzt den Innenbereich machen. Garderobe. Verstauen Sie Ihre Kleider sicher in einem Schrank, der leider nicht begehbar ist. Es sei denn, es sei denn, wir machen einen Begebern daraus oder was soll das heißen? Ach so, ein Lagerfeuer, genau. Das sollten wir auf jeden Fall als erstes herstellen. Da hab ich auch genug für gesammelt. So, das ist auf der 5. Die Frage ist nur, ich denke mal, dass wir das nach draußen machen sollen, ne? Ja, ja, drinnen darf man's auch gar nicht, okay. Würde ich sagen, aber so richtig im Weg stellen ist auch doof. Ich weiß ja nicht, ob das Feuer fangen kann. Ich würd sagen, ich stell das mal hier hin. So, dann kann ich damit etwas grillen. Diese Zutaten werden benötigt. Allerdings nur die Pilze. Mehr kann ich im Moment noch nicht machen. Muss ich mal oben links neben meinen Namen drauf achten, ob ich dann da auch eine Erhöhung bekomme, weil dann verstehe ich auf jeden Fall das, was der Typ gesagt hatte. Einmal Collect. Ja, ja, ja. Das gibt eine Erhöhung. Ah, das heißt, wir müssen jetzt ganz viele davon sammeln und ganz viele davon machen, damit wir überhaupt weitermachen können. Ist ein gegrillten Pilz, um Fokus zu erhalten. Gut, das habe ich jetzt auch schon gemacht, ohne dass er gegrillt war. Aber okay. Rechte Maustaste. So, 50 Fokus. 0 von 50 Fokus genutzt. Ich weiß ja nicht, wie man die nutzen kann. Wie kann man die denn nutzen? Oder heißt das, ich soll jetzt damit irgendwas machen? Moment, wir probieren das mal kurz aus. So. Nee. Doch. Okay, also ich muss 50 mal irgendwas machen hier, damit der dann diesen Fokus, äh, also damit der diese 50 da drin stehen hat. Das ist ja auch doof. Muss ich hier die ganze Zeit grinden? Gut, ich habe schon gelesen, beziehungsweise mir hat es einer in die Kommentare geschrieben, glaube ich, dass das Ganze wohl extrem grindlastig sein soll. Ich bin mal gespannt. Bisher konnte ich ja leider noch nichts machen. Ja, es wird wegen Lockdown und so. Ich hoffe wirklich inständig, dass das jetzt keine Serversache ist, so nach dem Motto, weil zu viele da sind, lassen wir einfach die meisten nicht mehr zurück in die Stadt oder sowas in der Art. Also das hoffe ich jetzt mal nicht, dass das jetzt der Grund war, weil, sorry, aber das kann man nun mal einfach nicht machen. Und die Umgebung muss dafür da sein, dass man die auch jederzeit erreichen kann. Entsprechend, so. Hier, du musst dein Werkzeug verbessern. Deswegen können wir nämlich die großen Bäume hier nicht wegmachen. Das ist mir aufgefallen, als ich den Bereich links von mir nämlich leer gemacht hatte. Da, wo das Zelt drin steht. Äh, sieht der nämlich hier. Das war ja schon alles, also es war nicht alles leer in der letzten Folge, sagen wir es mal so. Doch, in der letzten Folge schon. Äh, in der ersten Folge aber nicht. Und danach habe ich mir gedacht, naja gut, wenn ich eh nicht rauskomme, kann ich ja schon mal das Grundstück leeren. Und dann auch in einem mal eben schauen, ob das wieder neu dazukommt. Was übrigens nicht so ist. Also alles innerhalb von unserem eingezäunten Grundstück, da kommt nichts Neues dazu. Äh, hier außerhalb vom Grundstück, bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Da kann es natürlich sein, und das wäre natürlich auch in dem Fall gut, äh, dass da wirklich neue Sachen dazukommen. Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Kommen wir jetzt mehr raus? Durch diesen Fokus? Weil es ist jetzt zwei Splintholz und die Pflanzenfasern waren da jetzt gerade drin. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir vorher auch zwei hatten. Immer oder öfter. Oder ob wir immer nur eins hatten. Ja, also das hier dauert jetzt wirklich noch eine Weile. Ich würde sagen, das mache ich mal als letztes. Das mache ich nochmal eben mit. So. Dann gucke ich jetzt erstmal kurz, äh, einen Stuhltisch und eine Garderobe soll ich herstellen und platzieren. So, Garderobe stellen wir mal eben her. Was möchte ich herstellen? Hä? Hä? Achso, herstellen können. Ach. Kann ich mir da jetzt was aussuchen? Ich weiß nicht, was das ist. Sind das Fackeln? Das können... Ach, das sind Wannfackeln wahrscheinlich. Und das ist ein Sitz oder sowas, glaube ich. Ich würde sagen, das... Herstellung, Lokkabinen, kleine Fackel. Meine ich war es. Ja, cool. Kann man neue Dinge lernen, indem man einfach was herstellt oder wie? Dann machen wir auf jeden Fall mal eine. Mal zum Testen. Was möchte ich herstellen können? Dann auf jeden Fall ein Bett. Ich weiß nicht genau, was das ist. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Hochstuhl. Aber auf jeden Fall ein Bett. Blockhaus-Couch. Oh, ist das geil. Das ist wirklich cool. Aber es ist eine Couch, das ist kein Bett. Schade. Ähm... Was braucht man dafür? Charpafeld. Wie soll man das denn kriegen? Smaragdgrünes Teppichmoos. Die leuchtende Farbe soll Glück bringen. Ja, das müssen wir wahrscheinlich irgendwo wegzupfen oder so. Standardrauchbombe. Was kostet die denn? Lehm. Wo habe ich den her? Und zwei von diesen Blumen. Okay. Aber keine Ahnung, wo ich den Lehm jetzt her habe. Ähm... Vielleicht, als wir da im Garten gearbeitet haben. Ich bin mir nicht sicher. Äh... Moment, die Fackel hatte ich ja jetzt schon hergestellt. Ne? Dann brauchen wir noch einen Tisch auf... Äh, einen Stuhl auf jeden Fall. Und einen Tisch. Ich meine, ich sollte mir herstellen. A table and a chair. Ja, genau. Was ist das denn hier? Aber was ist das? Ich guck mal. Wanduhr. Okay. Na gut. Ähm... Den Esstisch. Zack. Das ist Deko. Das wäre... Brauche ich das? Das ist jetzt die Frage. Das ist halt nur ein Hocker. Die Deko wäre schon cool. Ich nehme aber trotzdem mal das, weil... Man weiß halt nicht, ob man es braucht, ne? Oh, Inventar ist voll schon wieder. Boah, da passt aber wirklich gar nichts rein. So, Moment. Das, das, das. Mich würde mal interessieren, ob ich auch was aussehen kann. Äh, wenn ich die Sachen nicht bei mir im Inventar drin habe. Silbererz. Quest Gegenstand. Ein riesiger glänzender Kieselstein mit einem ungewöhnlichen Glanz. Vielleicht möchte ihn jemand haben. Okay, den sollten wir dann doch lieber zurück tun. Anpassung Wert. Gegenstand kann nicht verkauft werden. Eine Patchwork-Piknik-Decke. Perfekt für Verabredungen im Freien oder sonnige Stunden in der Sonne. Äh, ruhige Stunden in der Sonne. Mit Insekten der Nachbarschaft. Das ist geil. Äh, gut. Die Sachen müssen wir sowieso reintun. Können wir die Pick-Nick-Decke hier vorne hinstellen? Oder ist das sowas, was man mitnehmen sollte? Oh, ne, die können wir hier hinstellen. Moment. Zack. Vielleicht möchte mich ja mal einer besuchen. Da können wir picknicken. Also, es ist anscheinend nur Deko. Kann man leider nicht benutzen. So, dann. Haben wir. Äh, ähm. Einmal den Schrank. Wo tue ich den denn am besten hin? Mittig ist vielleicht nicht so. Da ist etwas im Weg. Nein, ist es nicht. Naja, ich würde aber sagen, dass wir den vielleicht eher so hier in die Mitte, äh, in die Ecke reinstellen. Zack. So. Weil der ist ziemlich groß und wir haben halt nicht wirklich viel Platz. Äh, na, Quatsch. Äh, was mache ich denn? Äh, acht. Ne, erstmal den Tisch. Moment, äh, drei. So, der ist nämlich auch nicht gerade klein, der Tisch. Aber für ein Bett reicht das definitiv noch nicht hier von der Größe her. Aber gut, Hauptsache, man kann sich hier mal hinsetzen und was essen, ne? Ist das irgendwie... Ah, okay. Da ist was im Weg. Aber so kann man den dann hinstellen. Kann man den dann auch benutzen? Ist alles nur Deko. Na gut. Change clothes. Ah! Okay, cool. Okay, cool. Also, hier haben wir dann auch mal den Beweis aufgenommen, dass wir im Nachhinein unsere Optik und alles nochmal ändern können. Ich meine, ich bin sehr zufrieden damit, wie ich aussehe, muss ich dazu sagen. Äh, Kleider. Gut, wenn man mal welche dazu bekommt. Was ist das denn hier? Der Gleiter? Hä? Achso, du musst den Gleiter noch freischalten. Ich wollte gerade sagen, weil hier steht nämlich angelegt. Nicht im Besitz. Okay. Was für ein Gleiter? Hilfe. Ähm, oh. Wieso ist der hier? Ich dachte, ich sollte zu ihm kommen. Oh, gut. Someone to chat with. Wunderbare Neuigkeiten. Ich habe die Formulare unter dem Bücherregal im Archifraum gefunden. Sie sind auch nur ein wenig zerknittert. Wenn Sie hier, hier und hier unterschreiben, kann ich Ihnen die Blaupause besorgen. Okay. Ja, und hier auch. Oh, und hier. Ich schlage vor, dass Sie den Rahmen so schnell wie möglich aufstellen und mit dem Bau beginnen. Was? Spiffy ist ab. Okay. Ähm. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden. Ich glaube, es ist Zeit für meine Pause. Pause. Mitten in der Nacht. Ja, gut. Übrigens, was ich gesagt hatte, scheint, oder was ich vermutet hatte, scheint wirklich so zu sein. Weil ich habe jetzt schon zweimal, glaube ich, erlebt, innerhalb von zwei Folgen, ohne dass ich rausgegangen bin, dass es dunkel wird. Das heißt, das sind wohl dann extra Zyklen, sag ich mal, die auch wegen den Karotten und so, also wegen den Sachen, die man ernten kann, wohl angelegt worden sind. Es hat also nichts damit zu tun, wie viel Uhr wir jetzt gerade in der Realität haben. Weiß man ja nicht. Weiß man ja nicht. Ach so. Okay, das kann ich logischerweise nicht benutzen, weil ich das vorher anklicken müsste. Aber die anderen Sachen hier, die müsste ich doch normalerweise benutzen können. Gut, jetzt nichts, was mir einen Buff gibt oder so. Nehmen wir die 1. Ach so, ist jetzt ausgewählt. Das wäre nur schön. Ja, jetzt kann ich sehen. Okay. Ah, Gießkanne. Das war die... Entschuldigung. Ich wollte gerade noch sagen, das war die rechte Taste. Oder, aber das System war direkt am Meckern. Es war nicht die rechte Taste, es war die linke Taste. Okay. Kein Thema. Die machen wir jetzt nochmal eben wieder voll, damit wir das nicht vergessen beim nächsten Mal. Äh, place the foundation of your house. Das ist schön, aber wie mache ich das? Hm. Das wäre schön, wenn er mir das erklären würde. Plop it down. Ah, Moment. Access the housing menu by pressing H while on your plot and place the blueprint. Also, über H müssen wir das auf jeden Fall machen. Erntezeithaus. Der Haupteingang zu deinem Haus. Der Bau dauert 8 Stunden. Kann ich das einfach so über das Zelt drüber hauen? Hauen? Nee, ne? Da ist etwas im Weg. Ja, geil. Ah! Ich hoffe, dass ich das später noch verschieben kann. Obwohl... Naja, machen wir das mal anders. Moment. Wir setzen mal das provisorische Zelt. Ich hoffe, mit allem, was da drin ist, zur Seite und bauen das Haus mal hier hin. Wo bin ich denn? Können wir das... Wenn wir das ganz nach hinten machen, haben wir vorne ganz viel Platz. Das fände ich schön. Oder wir machen das so und wir machen dann hinten die Gärten. Das kann man auch... Aber das ist alles irgendwie nicht so toll, ne? Wieso ist das jetzt eigentlich rot? Da kann ich es hinstellen. Da nicht. Das Problem ist, ich kann es jetzt nicht von der anderen Seite aus angucken. Da kann ich es hinstellen. Wieso kann ich das denn nicht mittig hinstellen? Nach vorne kann ich nicht. Ich mach's mal so. Also, ich hoffe, dass es dann später... Ne, wenn ich draufdrücke, mach ich das doch wieder weg. Ich hoffe, dass es dann später... Ja. Dass ich das nochmal bewegen kann. Das wollte ich eigentlich sagen. Füge dein Gebäuderessourcen hinzu, um den Bau abzuschließen. Abzuschließen. Oh! Ja, stimmt. Ich wollte ja selber arbeiten, ne? Also, Splintholzbrett. Dafür bräuchte ich dann eigentlich ja dieses eine. Beitragen heißt eigentlich nix. Okay. Bretter und Steinziegel brauche ich dafür. Bretter und Steinziegel. Bretter können wir nur machen. Und Steinziegel können wir dann wahrscheinlich... Ah, ne, hier sind die Steine. Können wir dann wahrscheinlich... Kannst du Ziegeln verhütet werden? Ja, ja. Genau, das dachte ich mir nämlich schon. Okay, die Frage ist jetzt... Ähm... Wir können das nur kaufen, ne? Wir kriegen das wahrscheinlich... Nicht... So... Äh, äh... Tisch! Hi! Wo kommst du denn her? How are you liking Kilima? Oh, gut. Du bist noch da. Kenly hat erwähnt, dass er den Bauplan für dein Haus gefunden hat. Also dachte ich, ich schau mal vorbei und gebe dir ein paar andere hilfreiche Tipps. Wenn ihr euer Haus fertigstellen wollt, braucht ihr Steinblöcke und Splitterbretter. Also macht euch mit Holzfeilerei und Bergbau vertraut. Du kennst doch unseren Gastwirt Ashura, oder? Er kann dir beibringen, wie man ein Sägewerk für diese Bretter baut. Und Hudaru verkauft die Steinschmelze, die du für die Ziegel brauchst. Wenn er nicht im Dorf ist, schaut in der Bahari-Bucht im Osten nach. Dort wohnt er. Okay, okay, Moment. Also wichtige Namen sind auf jeden Fall... Hudari... Äh... Steinschmelze, schreibe ich mal auf. Das heißt, der ist wahrscheinlich irgendwie der Steinschmied oder sowas hier. Nehme ich mal an. Ähm... Ich freue mich so sehr, dass du dich entschieden hast, Kilima zu deinem Zuhause zu machen. Ich muss bald wieder mit ein paar Einweihungsgeschenken vorbeikommen. Ja. Äh... Ich komme überhaupt nicht damit weiter, hier irgendetwas zu machen. Ich merke das schon. Ich muss hier eine Sache nach der anderen noch machen. Eieiei. So, wieder ein Brief. Diesmal von Gina. Achso, der ist schon hier. Sei gegrüßt, Gameplayerin. Äh... Sie hat irgendeine Batterie gefunden. Äh... Äh... Achso, die hat sie mir jetzt direkt mitgeschickt. Sehr schön. Uraltes Ding. This place used to be belonged to your people, after all. Could be a key. Die Batterie könnte ein Schlüssel sein. Okay. Hm. Äh... Ah. Try the battery on the door behind the waterfalls. Oh Gott, wir kriegen ja eine Sache nach der anderen. Und ich würde am liebsten alles gleichzeitig machen. Aber die Folge ist schon wieder am Ende der Zeit. Deswegen mache ich jetzt mal ganz schnell einen schnellen Cut. Und ich werde direkt weiter aufnehmen. Aber ihr werdet das Ganze erst morgen weitersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.